Mois liegt am Boden mit dem ganzen Hate, den er für den Song gekriegt hat und ich hoffe Mois sieht dieses Video. Bruder, schau dir das an. Wollah, seitdem ich aufgehört habe mit YouTube, alle kommen aus ihren Ecken und heucheln den Kindern was vor und alle so, wollah, mashaAllah, du bist Baron. Ich muss hier aber mal Mois verteidigen, ja. Ich habe ja gesagt, ich bleibe neutral, aber ich muss ihn hier mal verteidigen.